Musik Timna Brauer Gefeiertes Tagast und vielbejubelte Mitternachtseinlage am Multikulti-Ball in Graz. Und wer könnte besser repräsentieren, was der Ball ausdrücken will? Ihre Mutter israeli-jemenitischer Herkunft, der Vater ein Otterkringer Wiener. Aber wo sieht sie ihre kulturellen Wurzeln? Ich fühle mich eben zu Hause zwischen den Kulturen, in diesen Reisen, diesen tatsächlichen Reisen, aber auch den inneren Reisen. Und heute, das ist ein Fest, ein Fest für die Ohren und ein Fest für die Augen. So viele tolle Menschen mit so viel Hautfarben und so viel Kostümen und so viel Frisuren. Das ist einfach ein Traum und jeder versteht sich hier. Es ist wirklich eine Insel der Seligen, dieser Ball. Wirklich toll. Sie rechnet auf Französisch, sie träumt auf Deutsch. Aber woran glaubt Timna Brauer? Also ich bin jüdisch erzogen worden. Ich bin jüdischer Herkunft, aber ich bin keine praktizierende Jüdin in dem Sinn. Also ich bete nicht, ich gehe nicht in die Synagoge, ich kenne die Tradition. Aber mein Glaube ist die Ethik. Also ich habe nicht eine konkrete Vorstellung von Gott, das habe ich nicht. Vielseitig ist die Musik der Tochter des berühmten Malers Arik Brauer. Von Jazz über Musical bis Ethno. Aber immer für ein Miteinander der Kulturen. Wie ihr Projekt Voices for Peace. Indem sie israelische und palästinensische Musiker gemeinsam auf die Bühne bringt. Gott sei Dank, also schon im zwölften Jahr. Wir haben weniger Konzerte wie früher, weil die Sponsoren rarer werden wie überall mit der Wirtschaftskrise, leider. Und das ist ein sehr teures Projekt, weil so viele Menschen involviert sind, viele Künstler. Aber wir haben nach wie vor Konzerte in Israel und auch in Europa. Das freut mich sehr. Meist steht die zweifache Mutter mit ihrem Mann Elias, einem Jazzpianisten, auf der Bühne. Wie klappt das beruflich und privat ein Paar? Ja, das Resultat ist so gut, dass auch wenn es Reibereien gibt, lohnt sich es, weil es einfach stimmt. Jetzt hat Timna Brauer auch die Malerei wiederentdeckt. Neben ihrer Berufung, dem Gesang. Singen auf der Bühne ist extrovertiert, ist kommunikativ und das Malen ist wie eine Meditation. Also das ist wirklich ein wunderbarer Kontrapunkt. Und das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern. Eine neue CD mit französischen Chansons, selbst geschrieben und komponiert. Und das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern. Und das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern. Vielen Dank. Vielen Dank.